Ey, ich will irgendwie lernen, wie man diesen Sturdy hittet, Jungs. Ey, ist das schwer? Weil ich fand's nur so und das sieht irgendwie ein bisschen... Man sieht, dass ich... Guck mal, man sieht mein fucking Gesicht grad nicht, aber man sieht, dass ich weiß bin. Checkt ihr, was ich meine? Irgendwie, das sieht so... Das sieht so richtig Whiteboy-mäßig aus. Irgendwie... Das ist irgendwie Quatsch, Digga. Haha! Bro! Das ist irgendwie... Das ist irgendwie Shit. Okay, warte mal, sein Auto ist irgendwie despawned. Was ist jetzt passiert?